Ich lerne Deutsch. Nummer 4459 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich bin als Rechtsanwältin zugelassen. Mein Fachgebiet ist Wirtschaftskriminalität. Ich nehme Ihre Wünsche auf und leite sie an unseren Außendienst weiter. Sie werden für einen Termin kontaktiert. Ich mag diese Arbeit nicht. Ich fühle mich überfordert. Ich mag diese Arbeit nicht. Ich fühle mich überfordert. Aus dieser Kaffeemaschine kommt immer frischer Kaffee. Die Bohnen werden erst kurz vorher gemahlen. Aus dieser Kaffeemaschine kommt immer frischer Kaffee. Die Bohnen werden erst kurz vorher gemahlen. Aus dieser Kaffeemaschine kommt immer frischer Kaffee. Die Bohnen werden erst kurz vorher gemahlen. Ich habe uns frisch gebackene Brötchen zum Frühstück gemacht. Ich habe uns frisch gebackene Brötchen zum Frühstück gemacht. Ich habe keine automatische Datensicherung und habe vergessen, meine Arbeit zu speichern. Ich habe keine automatische Datensicherung und habe vergessen, meine Arbeit zu speichern. Wenn ich ein interessantes Buch lese, vergesse ich alles um mich herum. Wenn ich ein interessantes Buch lese, vergesse ich alles um mich herum. Nach dem Sportunfall muss der Verband noch einige Tage am Arm bleiben. Nach dem Sportunfall muss der Verband noch einige Tage am Arm bleiben. Nach dem Sportunfall muss der Verband noch einige Tage am Arm bleiben. Was ist hinter dem großen Tor? Ich werde nachschauen. Was ist hinter dem großen Tor? Ich werde nachschauen. Halt dich gut fest, dann gebe ich dir einen kräftigen Schwung. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann sage ich gerne. Bitte nicht, den Kanal zu abonnieren. Klang das. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag.